Hallo liebe Rheinöl-Freunde, in diesem Podcast werden wir versuchen, alle Fragen rund um das Rheinöl zu klären und erklären. Also holt euch eine Tasse Tee oder Kaffee und habt eine informative, hoffentlich kurzweilige Zeit. Was ist Rheinöl? Diese Frage stellt man sich unweigerlich, wenn man das erste Mal davon liest oder hört. Irgendein reines Öl? Und wovon? Oder gibt es da mehrere? Und vor allem, was kann es? Gut, klären wir erst einmal, was ist Rheinöl? Rheinöl ist tatsächlich eine Marke, also ein geschützter Begriff. Und unter diesem Markennamen gibt es diese Rheinöl-Mischung. Das Rheinöl selbst besteht aus natürlichen ätherischen Ölen des Oregano, Thymian, Rosmarin, Weihrauch und Kamilleblau. Dann sollten wir zum Verständnis noch erklären, was genau ein ätherisches Öl ist. Wikipedia schreibt dazu nur, sind leicht flüchtige und leicht entzündbare Stoffgemische, die aus verschiedenen ineinander löslichen organischen Stoffen wie Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, Ketonen oder Terpenen bestehen. Das macht zugegeben nicht schlauer. Das stimmt. Zunächst einmal, die Stoffgruppe der Alkohole ist recht groß. Mit Trinkalkohol hat das erst einmal nichts zu tun. Aber die Gewinnung ist gar nicht so unähnlich. Ätherische Öle werden aus den Pflanzenextrakten abdestilliert. Dabei ist der Anteil des ätherischen Öles verschwindend gering. So sind zum Beispiel für die Herstellung des tiefblauen Kamilleblau aus deutscher Kamille gut 3000 Kilogramm Blüten erforderlich. Gut, zwei Fragen dazu. Warum genau ist das Öl der Kamilleblau und wieso wird die Mischung irgendwann grünlich? So eine Veränderung hat für mich immer was von schlecht geworden. Da kann ich dich zum Teil beruhigen. Cham-Azulen heißt der Stoff, der dem Kamillenöl die blaue Farbe gibt. Und obwohl nur rund 1,4 Prozent in der Mischung Kamille ist, reicht es, um das ganze Öl blau zu färben. Erst einmal. Und dann gibt es zwei Dinge, die dazu führen, dass sich die Farbe verändert. Und eigentlich ist das echt gut. Wie kann das gut sein? Es ist dann doch alt, irgendwie kaputt. Die ätherischen Öle sind unheimlich reich an Antioxidantien. Im Laufe der Zeit reagieren sich diese an irgendetwas ab. Cham-Azulen scheint dafür ein geeigneter Partner zu sein. Hinzu kommt, dass einige Öle nachreifen und dabei gelblicher werden. Leichtes blau und gelber werdendes Öl ergibt grün. Ist das blau ganz abgebaut, bleibt eben gelb. Der Abbau der Antioxidantien ist ja auch kein Vorteil. Aber die Tatsache, dass du ein blaues Öl bekommst, schon. Ohrewachs legt größten Wert darauf, dass die Öle erst unmittelbar vor dem Versand gemischt, abgefüllt und versendet werden. Darum gibt es die Mischung nur im Direktvertrieb und die Lieferzeit kann schon mal 10 Tage betragen. Aber nur so kann es in maximaler Mischungsfrische zu dir kommen. Die blaue Farbe ist dein Frischgradanzeiger und der Beleg maximaler Antioxidantien. Gut, das verstehe ich. Blaue Farbe, frisches Öl. Und was machen Antioxidantien ganz allgemein im Körper? Gibt es zu viele freie Radikale in unserem Körper, entsteht sogenannter oxidativer Stress. Dieser soll Krankheiten wie Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis- und Krebserkrankungen mitverursachen und zudem die Haut schneller altern lassen. Oxidation lässt sich zum Beispiel bei angeschnittenen Äpfeln beobachten. Sie verfärben sich braun. Dass das antioxidativ wirksame Vitamin C diese Oxidation verhindert, sieht jeder der Apfelschnitze mit Zitronensaft beträufelt. Sie behalten ihre natürliche Farbe. Ja, am Apfel kann ich das nachvollziehen, aber ich werde an der Luft nicht braun. Was bitte machen diese Radikale in mir? Ja, schade, oder? Etwas Farbe stünde dir. Es ist gar nicht banal. Nehmen wir mal unseren Sauerstoff. Er liegt in der Luft immer als O2 vor. Jedes einzelne O hat einen Arm. Zusammen können sie im Kreis tanzen und sich stabil halten, denn zusammen haben sie zwei Arme. Ein einzelnes O kann den Zustand nicht ertragen, nur einen Arm zu haben und somit niemandem tanzen zu können. Tatsächlich reißt sich so ein einarmiges O aus der erstbesten Verbindung einen Tanzpartner. Das klingt jetzt bildlich spaßig, ist aber ein brutaler Vorgang. Egal, wo sich das Sauerstoffatom den Tanzpartner herausreißt, sei es eine Zellwand, ein DNA-Strang, ein Mitochondrium. Was zurückbleibt, ist kaputt. Und viele kaputte Zellen machen ein Müllproblem. Dann sind die Antioxidantien die Müllabfuhr? Nein, besser. Ziel sollte es ja sein, dass gar nicht erst etwas kaputt geht. Die Antioxidantien bieten sich als Tanzpartner an. Alles klar, jetzt habe ich es gerafft. Radikale sind wie Hooligans, die alles kaputt hauen, wenn sie unzufrieden sind. Und die Antioxidantien sind die hübschen Cheerleaderinnen, die sie lammfromm machen. Ja, als Mann kann man das wohl so stehen lassen. So, aber nochmal zurück zur blauen Farbe. Wenn das der frische Anzeiger ist, sollte ich ja versuchen, dass es möglichst lange blau bleibt. Kann ich das beeinflussen? Verhindern nicht, beeinflussen ja. Ätherische Öle mögen es kühl, aber nicht kalt und dunkel. Temperaturen um 10 bis 12 Grad sind toll, unter 7 Grad eher zu vermeiden. Wenn im Sommer nur 35 Grad in der Wohnung oder das obere Fach im Kühlschrank zur Auswahl stehen, tendiere ich zum Kühlschrank. Wenn es im Sommer nicht optimal stehen kann, lieber ein paar Mal Porto investieren und kleinere Mengen bestellen. Soweit klar. Nun ist mein Öl aber nicht mehr blau. Und die Frage ist, muss ich es dann entsorgen? Ätherische Öle bestehen aus zum Teil tausenden Einzelstoffen. Wenn dann diese Öle noch gemischt werden, addieren sich diese noch. Die Antioxidantien sind nur ein Teil davon. Aber da die Antioxidantien ja auch andere Wirkstoffe abbauen, sollte ein Öl, das auch den grünlichen Gesamteindruck verlassen hat, nicht mehr innerlich angewendet werden. Wirklich schlecht werden ätherische Öle, mit Ausnahme von Citrusölen, nicht. Einige werden nach 20 Jahren Nachreifung erst richtig gut, andere nach 24 Monaten Fahrt. Du sagtest eben, einnehmen. Auf der Packung steht aber nur Duftöl. Was stimmt denn nun? Nun ja. Diese Öle sind toll. Und in vielen Therapieformen kommen ätherische Öle zum Einsatz. Innerlich, äußerlich oder inhaliert. Und es gibt immer mehr Studien an ätherischen Ölen. Also richtige Studien, die an echten Universitäten erstellt und überprüft wurden. Keine dahergeredeten Halbwahrheiten also. Lenkst du thematisch ab? Nein, ich leite ein. Die Reinölmischung und auch kein anderes ätherisches Öl wird in Reinform je Medikamentenstatus erlangen. Da es sich nicht patentieren lässt, bestünde auch kein Interesse daran. So. Und da Reinöl kein Medikament ist, dürften wir keine Dosierempfehlungen geben. Reinöl bleibt ein Duftöl. Die Menschen, die es einnehmen, werden ihren Nutzen kennen. Die steigende Anzahl der Allgemeinmediziner und Medizinerinnen, die es Patienten empfehlen, werden wissen, welche Wirkung sie erwarten können. Anders als in Spanien, wo die Reinölmischung in einigen Praxen direkt verkauft wird, muss in Deutschland die Empfehlung reichen. Meinst du, das ist Pharma-Lobby-Einfluss? Nein. Wir haben Gesetze, die das regeln. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Ich könnte sonst, anstatt es kostenpflichtig zu entsorgen, mein altes Motoröl in Flaschen abfüllen und es als Hämorrhoidensalbe verkaufen, wie es wohl Quacksalber im Wilden Westen getan hätten. So gesehen haste recht. Aber es gibt doch schon echt viele Studien, auch mit den Ölen der Reinölmischung, die signifikante Wirkungen gezeigt haben. Ist das denn kein Beweis? Nein. Ein einzelnes Öl ist keine Mischung. Die gleiche Studien mit der gesamten Mischung muss ja nicht das gleiche Resultat haben. Ein Beispiel. Ich darf folgende Aussage tätigen. Vitamin C wirkt positiv auf das Immunsystem. Wenn ich jetzt aber Vitamin C in Wodka verkaufe, ist diese Aussage dann noch richtig? Gesünder macht mich das jedenfalls nicht. Ich verstehe, was du meinst, aber die Öle sind ja alle irgendwie gut. Nicht wie Alkohol. Richtig. Es geht einfach um das Rechtliche. Wir dürfen es nicht, also äußern wir uns nicht zu konkreten Wirkungen. Gut, aber wie komme ich jetzt an Wissen, das nicht nur Werbeinteressen enthält? Zu einzelnen, aber auch anderen tollen Ölen haben wir im Beitrag Studien verlinkt. Immer mit kurzem Themenanriss und ausschließlich aus der PubMed-Datenbank, die von der US-Gesundheitsbehörde betrieben wird. Ja, klasse. Das ist alles in Englisch und total medizinisch. Ja, zugegeben. Aber Influencern auf TikTok und YouTube, die Geld mit ihren Lobhudeleien verdienen, kann man nicht allzu viel Glauben schenken. Aber einige Browser bieten direkt eine Übersetzung ins Deutsche an. Meist findet sich oben eine abstrakte Zusammenfassung, eine Einleitung und unten ein Fazit aus der Studie. Das Fazit ist in aller Regel recht verständlich. Das probiere ich aus. Ja, das mach mal. Einige Ergebnisse sind echt grandios. Du darfst dich schlau machen, nur eben leider nicht über uns. Also gut. Verstanden. Bleiben wir schön allgemein. Wie kommen denn ätherische Öle, also irgendwelche so ganz allgemein, also nicht das Reinöl im Speziellen, in den Körper? Macht sich da gerade jemand etwas lustig über mich? Also ätherische Öle, ganz allgemein, kommen über Riechzellen, die Haut oder eben oral in den Körper. Da einige Öle reizen können, werden sie ratsamerweise in anderen Ölen verdünnt. Drei Tropfen in Teelöffel gutem Speiseöl ist ein gutes Verhältnis. Ähnlich verhält es sich auf der Haut. Beim Inhalieren muss, zumindest bei elektrischen Verneblern, darauf geachtet werden, dass die Geräte ätherische Öle vertragen. Das ist nicht bei allen der Fall. Leuchtet ein! Und wie schnell sind die Stoffe dann im Blut? Denn zumindest die Haut ist ja auch eine Schutzbarriere. Das kann rasant schnell gehen. Beim Inhalieren konnten schon nach 17 Sekunden Stoffe im Blut nachgewiesen werden. Eingeatmet wirken die Stoffe aber dreifach. Nämlich auch über das limbische System, das unsere Gefühle reguliert. Und über den Hypocampus, der uns riechende Erinnerungen zurückbringt. Das dauert kaum eine Sekunde. Jo. Und wie schnell überwindet es die Hautbarriere? Schneller als du denkst und am schnellsten wohl am Nabel. Noch schneller wären Schleimhäute, aber die solltest du nie mit ätherischen Ölen in Kontakt kommen lassen. Außer du möchtest dir die Kosten für einen Jodelschnellkurs sparen. Oral sollen Stoffe schon nach 2 Minuten im Blut zu finden sein, aber auch über die Haut schon nach etwa 5 Minuten. Übrigens nach 50 Minuten bis 2 Stunden sind Nachweise in der Atemluft zu finden. Also von der Haut, durch Blut und Organe bis in die Lungenbläschen. Krass, oder? In der Tat. Also ist die Haut kein perfekter Schutzpanzer. Das stimmt. Aber es wird sicher Vorteile gehabt haben evolutionär. Die Natur macht keine Fehler. Hätten wir einen Schutz vor ätherischen Ölen benötigt, hätte unsere Haut diesen Schutz auch. So aber konnten sich Urmenschen mit Pflanzen einreiben und Nutzen davon haben. Und falls du denkst, das sei weit hergeholt, viele Tiere wissen, welche Pflanzen ihnen helfen und nutzen diese gezielt. Ja, davon hörte ich. Schimpansen mit Malaria essen gezielt Blätter, die einen Stoff enthalten, der unseren Malaria-Medikamenten sehr ähnlich ist. Sie kennen ihre Urwald-Apotheke. Genau. Oder essen sehr raue, haarige Blätter, um würmerlos zu werden. Kot macht erfinderisch. Oder so. Eine Sache brennt mir noch unter den Nägeln. Und das wäre? Folgendes. Ich wiege knapp um die 80 Kilo. Was wiegt ein Tropfen ätherisches Öl? Keine Ahnung. So 0,05 Gramm etwa. Was bitte soll etwas bewirken, was 16 Millionen Mal weniger wiegt als ich? Klingt irre, gebe ich zu. Menschen sterben aber zum Teil an einem zehntausendstel Gramm Bienengift. Oder noch krasser, knappe 20 Gramm Botulinumtoxin, kurz Botox, würde reichen, um die gesamte Menschheit auszurotten. Gut zu wissen. Das gibt es dann heute schon mal nicht zum Abendbrot. Okay, kommen wir zur Rubrik Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Komisch, dass gerade da nicht gegendert wird. Also wenn wir über positive Wirkungen nicht reden dürfen, aber über die Nachteile doch sicher, oder? So richtig, das Negative gibt es gar nicht. Aber Dinge, die man beachten sollte. So möge sie es hiermit kundtun. Wir hatten das Thema Aufnahme über die Haut. Was selbst viele Aromatherapeuten und Therapeutinnen nicht wissen. Ätherische Öle haben eine Carrier-Funktion. Das bedeutet, dass die Öle, beziehungsweise deren Stoffe, die Barriere nicht nur überwinden, sondern auch andere Stoffe huckepack mitnehmen können. Darum bitte nicht mit billigen, belasteten Hautpflegeprodukten verdünnen, sondern nur mit etwas hochwertigem Speiseöl. Sonst könnten Dinge wie Konservierungsstoffe, Farbstoffe und was die E-Palette noch so hergibt, ungewollt unter die Haut gehen. Das geht mir jetzt echt unter die Haut. Aber ist das schon alles? Schön, wie investigativ du klingen kannst. Nein, das ist nicht alles. In der Schwangerschaft bitte kein Reinöl. Nicht, weil es schadet. Das weiß man auch einfach nicht, weil keine werdende Mutter bei einem Wir wollen mal testen, was passiert. Test mitmachen würde. Es gibt aber Öle, von denen man weiß, dass sie Wehen auslösen können. Also ein Vorsicht ist die werdende Mutter der Porzellankiste Ratschlag. So in der Art. Sicher ist sicher. Gleiches gilt für Säuglinge und kleine Kinder. Für ein 8 Kilogramm Leichtgewicht wären drei Tropfen, wie 30 Tropfen für eine 80 Kilogramm Person. Keine Experimente bitte. Dann wäre da noch, dass einige ätherische Öle blutverdünnend wirken können. Das muss ich rechtlich allgemein halten. Tatsächlich sind es aber recht viele. Bei höheren Dosierungen ist ratsam, andere blutverdünnende Medikamente darauf abzustimmen. Ätherische Öle. Und auch das muss ich allgemein halten, wenn möglich nicht in magensaftresistenten Kapseln. Einige ätherische Öle sind sehr antibiotisch. Die Öle werden sehr schnell resorbiert und sind dann im Blut, wo sie keinen gravierenden Einfluss mehr auf die Darmbakterien, unser Mikrobiom haben. Evolutionär sind unsere Darmgäste sehr gut an die Öle, die sie aus der Nahrung kennen, angepasst. Wenn aber eine Kapsel erst im Darm, direkt vor ihrer Nase aufgeht, sind sie dem nicht gewachsen. Und wie sieht es mit Würmern aus? Anders. Parasiten, die sich am Blut laben, kommen mit dem, was im Blut ist, in Kontakt. Die Bakterien, die nur am Kot naschen, aber nicht. Also du meinst, wenn ich blutsaugende, darmwandbohrende Viecher loswerden will, brauche ich, egal was drin ist, also so ganz allgemein und so weiter, keine magensaftresistente Kapsel? Genau. Damit müssten wir das Thema jetzt aber abgehakt haben. Nicht ganz. Also Gefahren gibt es ja kaum echte, solange man sich an die Mengen hält. Aber wir können nicht alle Ratschläge geben, die wir gern geben würden. Für einige Ratschläge müssten wir Wirkungen erwähnen, über die wir nicht reden dürfen. KrebspatientInnen raten wir, sprechen Sie die Einnahme ätherischer Öle, also ganz allgemein, Zwinker, Zwinker, mit den Behandelnden ab. Immer mehr stehen den Ölen sehr aufgeschlossen gegenüber. Was ja auch irgendwie Zeit wird. Aber was macht eigentlich ätherische Öle so überlegen? Ich meine, warum kann es, was es kann? Wichtige Frage. Säugetiere gibt seit etwa 200 Millionen Jahren. Pflanzen mehr als doppelt so lange. Und mehr als 100 Millionen Jahre länger mussten sie sich mit Insekten rumplagen. Und Pilze waren sogar schon vor den Pflanzen da. Please come on the point. Yes, yes, wait for it. Ätherische Öle sind für Pflanzen einfach alles. Abwehr gegen Pilze, gegen Viren, gegen Fressfeinde aller Art, aber auch Kommunikation untereinander und Lockstoff für Bestäuber. Und BestäuberInnen. Ja, Schweinchen schlau. Und natürlich BestäuberInnen. Aber in jedem Fall sind sie uns 200 Millionen Jahre voraus. Sie haben ihre biologische Kriegsführung in dieser langen Zeit perfektioniert. Den Menschen gibt es kaum 2 Millionen Jahre. Kaum auszumalen, wie wir aussehen, wenn wir 100 Mal so lange hier rum evolutioniert sind. Vielleicht haben wir dann 8 Arme und Blätter statt Haare. Genau. Und eine Eberesche sitzt neben mir in Matte. Wer weiß. Aber du verstehst, was ich meine. Wir können Pflanzen unmöglich einholen. Wohl aber können wir ihre Perfektion für uns nutzen. Das Potenzial ist riesig. Apropos riesig. Das ist mein Hunger auch. Lust auf Oregano, Thymian, Rosmarin, Pizza? Warum nicht? Soll ja gesund sein. Verstehe. Dann knipse ich mal langsam das Licht aus und sage artig Tschüss. Na denn mal gute Nacht, John Boy. Ich hoffe, wir konnten alle wesentlichen Fragen zum Rheinöl und eventuell anderen Ölen ausräumen. Danke fürs Zuhören. Dem schließe ich mich an. Danke, danke. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020